Puh, what the fuck, Alter. Hallo, Herr Schröber. Hallo, Herr Fleischhammer. Es ist spät geworden und wir haben nochmal schnell was vorbereitet, sag ich jetzt mal. Und Herr Schröber steht da hinten und leckt natürlich bei mir, aber das ist klar. Und ist bereit, den Parcours zu starten. Ich würde sagen, geht los oder was? Ich bin bereit, ja. Hast du welche letzten Worte noch? Ich will doch nicht sterben. Na, das werden wir sehen. Viel Spaß. Also mein Inventar ist leer. Stimmt, ja. Hau rein. Ich soll jetzt rin, ja? Ich mach die große Glocke. Und der kommt da rein und sieht sich um. Sieht erstmal nicht viel. Guten Tag. Irgendwo ist eine Kiste versteckt. Ja. Oh mein Gott. Du kommst zu dir. Das ist jetzt blöd, oder? So rum. Ja, gut, 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 gut. Okay, der hast du hier vorne. Total okay jetzt. Ja. Mitten. Iron Reinforced Club. Genau. Ach, scheiße, weil sie mich wollen vielleicht. Die suchen jetzt alle dich, ja. Ach, scheiße, ich muss ein bisschen höher. Oh, der Knüppel ist ja auch eigentlich gar nicht mal so gut. Das erleichtert mir das jetzt hier natürlich. Ein Stück weit. Darf ich die looten? Ja, mach ruhig. Wenn mir das irgendwas bringen würde, ne? Ja, davon mal ab, ja. Das sind übrigens so viele Zombies, die, ähm, äh, ja. Ne, so viele sind es ja auch nicht. Ähm, ich blute. Scheiße, ja. Aber gut, das, das, das macht ja nicht bei 200 Wellness, äh, dürfte, die Blutung hört ja irgendwann wieder auf, ne? Ja. Ach, scheiße, ne, das ist ein bisschen früh, aber gut. Ne, du kriegst übrigens, äh, ich hab auch an Bandagen und so gedacht. Mhm, okay. Irgendwo sind auch Bandagen. Gut, äh, erster Raum sehr fertig. Ja, ey. Ne, ne, ne. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin stolz auf dich. Mann, warum wollen die Zombies mich? Ach, du Schande. Ich kann hier auch in deine Richtung locken. Ah, okay, er findet die Kiste. Toll, ne, Herr Bandage. Du kannst natürlich auch weiterlaufen, aber du musst dann die Türen offen lassen, wenn du, wenn du die Zombies nicht tötest. Äh, du, hier ist, die ehene Tür ist schon fast unten. Ach ja, stimmt. Hammer. Sehr geil. Du hast mir deine Spitzhacke drin gelegt, bist du ein Film? Nee, Spitzhacke, genau. Ich dachte mir, wenn du keine Waffe hast vielleicht mehr, ist dir vielleicht ganz wichtig. Ach ja, das ist ja auch noch. Jetzt muss ich mir noch überlegen, mit welchem Gerät ich die Zombies töte? Ja, ne, du kannst natürlich wählen, aber... Ach, die Dicken hätten ja auch mal was beihaben können, ne? Hehehe, völlig durch meine Bewegung kann ich die zu dir locken. Ist das schon mal gut? Das ist sehr gut, ja. Lass ich direkt den ersten hier fangen? Ja. Los, schneller, holt ihn euch. Umlauft ihn. Ihr wisst hier lang. Kommt. Ihr wisst erst mal weg. Ja, das ist natürlich blöd, dass die jetzt auf dich fixiert sind, ne? Das ist ein bisschen schade. Das, ja, tatsächlich, ja. Ihr könnt ja schnell auf Always Run machen. Oder mach Nacht. Bekloppt? Ist eh gleich Nacht. Ziemlich ver... Hahaha. Freund. Freundblase. Mach ja viel mit. Danke. Was, sieht denn nicht schön aus? Ja, das sieht sehr schön aus. Mal eben, ne? Haben wir das hier gezaubert. Kommst du klar eigentlich da unten? Das ist alles gut, ne? Ja, das ist alles gut. Kann übrigens sein, dass ich mehrere von diesen 01er Zombies irgendwo hingestellt habe. Na toll. Mhm. So. Ne, darf ich eine Frage stellen? Ist in jedem Raum nur eine Kiste? Ah ja, ja, ja. Also so gut wie. Ja. Hier in diesem Raum könnte es sein, dass es vielleicht eine ist, ja. Oh, jetzt hast du ihn gefangen. Jetzt hast du ihn gefangen, ne? Oh ja. Stunt. Geh zurück. Alter. Weich ihn aus. Du musst das Ende des Raumes. Du schaffst. Ah, du schaffst es ja nicht. Lass ihn auch links liegen. Okay. Was war denn da drin? Das bringt 19 Schuss Pistole. Ich. Das bringt natürlich ohne Schießmoped jetzt natürlich noch nicht so viel. Geh doch weiter, ruhig den Raum. Aber du musst wie gesagt die Tür offen lassen. Wir kommen dir also hinterher, wenn ich damit sage. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Warum ist die nicht? Was ist denn was? Was ist denn was? Was ist denn was? Was ist denn was? Wie? Ich bin jetzt im zweiten Level, ne? Also. Ach du Scheiße. Ähm. Ja? Was ist denn es? Das ist jetzt aber nicht diese Abgefahrene, ne? Nee, nee, nee. Ich blute übrigens immer noch. Echt jetzt? Oder schon wieder. Hast du nicht Heilbandage? Achso, ich wollte gerade sagen. Also könnte sein, wenn du eh drückst im nächsten Raum, dass du vielleicht ne Heilbandage findest. Ist das krass, Mann. Ist das krass. Jetzt wird's wirklich eklig, ey. Jetzt wird's wirklich eklig. Und du weißt ja gar nicht, was du im nächsten Raum dich erwartet. Ich bin schon mal zufrieden, dass der Spider nicht auf mich fixiert ist. Ja, das ist gerade irgendwie doof, aber gut. Das ist, glaube ich, dieser blöde Spider, oder? Oh, oh, Schrömi. Ich hab verloren. Ich kassier gerade richtig. Im See ist ein Safe. Ja klar. 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 Nein. Ja klar. Meine Damen und Herren. Krass. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Ach, du hättest dir ein Dings machen sollen, ne? Einen Schlafsack, aber gut. Okay. Was sagst du? Ist krass. Ist definitiv eine richtig krasse Erfahrung hier, das Ding zu machen. Dieser POI. Der Startpoint kann ich auch alle... Ach, look at you, Heike, gemacht. Schade. Jetzt... Spawn 25. Was kann ich noch machen? Was? Kann ich die auch alle wieder... Ah, oh. Oh. Oh Gott. Hat er getan. Ich kann's ja nicht sagen. Ich hab irgendwas Rotet gemacht auf der Karte. Mhm. Ich weiß nicht, wann das heißt. Gut, meine Damen und Herren. Wisst ihr was? Das wird eine ganz, ganz kurze Folge. Und zwar aus folgendem Grund. Wir... Ähm... Machen beim nächsten Mal... Mich. Da drin. Oder? Na, Schröber? Na klar, auf jeden Fall. Ach, guck mal, wie nackt er hier rumlernscht. Auf jeden Fall geil, Alter. Danke, dass du nochmal für mich Zeit gefunden hast. Und das nochmal gemacht hast. Weil Schröber muss nämlich eigentlich ins Bett und das Heiko verstehen. Und deswegen sind wir auch nur ganz kurz hier unterwegs. Aber ich kann euch nochmal kurz zeigen. Das seht ihr beim nächsten Mal nochmal. Alter, das... Ey, so das hier vorne... Also diese... Dieser schmale Gang war ja... Schröber? Ich möchte über... Ja? Du hast... Du hast... Ich hab... Dieser schmale Gang und dann hat es leider aufgehört. Achso, dieser... Dieser schmale Gang, der war ja hier schon krass, ne? Und mit den... Den... Den Spider-Zombies, die dann kommen. Dennoch alle aus dem See, der ganze Trott hinten dran. Die hätte ich alle vorher töten müssen. Ja. Und wenn ich mir dann überlege, dann komme ich hier in den nächsten Raum rein. Ja. Ja, ja. Alter. Der Raum ist echt krass, glaube ich. Ja? Ja, aber wir müssen die... Die Zombies beim nächsten Mal irgendwie... Wir müssen die ein bisschen kontrollierter setzen. Ich mach einfach hier... Das kann ich machen hier. Spawn 25. Warte mal, das ist. Zombie-Horde irgendwo. Warte mal, jetzt kurz. Ich will jetzt kurz noch meinen Rucksack. Ach, der liegt hier oben. Das ist ja schon mal super. Oh Gott. Ich hab 25 Beine gespawnt. Viel Spaß. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Du warst normal. Du warst normal. Du warst normal. Oh, nicht. Ich hab, glaube ich, 200 Beine gespawnt. Mario, kann das eigentlich dein Computer abgeraten? Oder ist das schon am... Also, gut geht's ihm jetzt gerade nicht, aber... Wie das aussieht. Oh Gott, der hat natürlich schon viel früher oben... Siehst du das? Ja, ich seht. Ich bin in den Hornissen-Staffeln. Oh, ich mach mal. Ich übertreib's gerade mal kurz. Ähm... Ich hab immer Spawn 25. Man kriegt noch mal ein anderes Spawn, was fliegt. Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das reicht ja wohl noch, oder nicht? Oh Gott. Ich hab'n kaputte Mann. Oh, ein Frame. Ja. Ah. Das war'n paar... Oh Gott, ich hab'n Hornissen-Staffel. Ich hab'n jetzt... Weißt du, wie das aussieht? Das sieht übel krass aus, ja, Mann. Und wie er rechnen muss. Das Spiel, äh... Ich bin gespannt, äh, ob das beim nächsten Mal, ob die Bienen noch da sind, beim nächsten Mal. Was will ich denn hier für Unfug machen kann, das wusste ich gar nicht. Alter, was hast du denn hier gemacht, Mann? Wie oft hast du auf Spawn gedrückt? Ziemlich oft... Also, ich hab'n ja gedrückt, Spawn 25. Aber die wollen mich nicht, die sind... Oh, ich bin hier mittendrin, irgendwo. Bin ganz spannend unterwegs. Mein PC hat übrigens jetzt aktuell hatte 4 Frames. Also, konstant, aber konstant 4 Frames. Also, ich bin jetzt hier irgendwie bei 14. Fliegen die bei dir richtig umher, ja? Ja, ja. Oh, ich werd' glaub' ich eingegrafen. Oder? Nee? Kann ich die hier wieder... Kann ich die wieder läschen? Ja, mit deiner Schrotplante kannst du die wieder löschen. Oh, nee! Geil! Ich hab'n... Einen Airdrop. Achso, das sind... Achso, Airdrop. Supply-Plan kommt auch noch. Hey, schau mal, was ist mit dir los? Weiß ich nicht. Ich muss Unfug machen. Oh Gott, wie viele Bienen werden das sein? Krass. Das ist so krass. Kann man noch was... Ah, Fett-Zombie. Äh, ich glaube, wenn wir nicht bald ausloggen, dann, äh... Ja? Zerstören dir die Zombies in drin unsere Arena. Gut. Das kann sein. Stimmt. Warte mal, ich kann mal noch mal... Dann kann man noch in... Fett-Zombie. 25 Stück. Hahaha. 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 Guck mal, wie süß ich... Eine Welle. Ich seh' nichts. Achter. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Jetzt krieg ich auf den Sack. Meine Damen und Herren, ich klausche euch für diese Folge. Es war schön mit euch. Tschüss. 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 Ich k 그럼 ich euch jetzt eue. Und ja, ich kalle es. Und wir treuen mit euch. Menschen, das mag es cô Port-L renten. Oh es gibt...